Die Sims-Entwickler haben mit dem letzten Update unter der Haube geschraubt und eine technische Neuerung hinzugefügt, die euer Spiel deutlich flotter machen könnte. Seit dem Release vom Basisspiel in 2014 hat sich die Gaming-Welt natürlich technisch deutlich weiterentwickelt. Und so wurde auch bei den Sims mit dem letzten Update etwas nachgebessert. DirectX 11 ist nämlich ab sofort als Vorschau-Version im Spiel nutzbar. Für allen, denen das nichts sagt, das ist eine Schnittstelle, eine Art Vermittler zwischen einer 3D-Anwendung, in diesem Fall die Sims und eurer Grafikkarte. Die neueste Version soll dafür sorgen, dass ihr mehr Bilder pro Sekunde im Spiel erreicht und die Sims damit optisch flüssiger aussieht. Das ist allerdings nicht für alle Spieler nutzbar, sondern nur für Spieler mit Windows auf ihrem Computer. Um zu schauen, ob euer PC überhaupt DirectX 11 unterstützt, könnt ihr einfach Windows und R drücken und im Fenster DXDiag eingeben. Wenn ihr hier unter DirectX-Version etwas über 11 stehen habt, habt ihr Glück. Das Spiel wird jetzt möglicherweise flüssiger. Um DirectX 11 im Spiel zu aktivieren, müsst ihr einfach nur in der EA-App in den Eigenschaften unter den Befehlszeilen-Argumenten minus DX11 ergänzen. Und schon startet euer Spiel damit. Nach einem Start von Sims 4 taucht jetzt neben der Version auch die X11 auf. Damit wisst ihr, dass alles geklappt hat. Ehrlicherweise, mein PC hat ordentlich Dampf und ich konnte in meinem Spiel kaum einen Unterschied feststellen. Einige Spieler auf Twitter allerdings haben deutliche Geschwindigkeitsvorteile feststellen können. Probiert es einfach mal aus, es kostet ja ausnahmsweise nichts. Gut zu wissen, mit Mods kommt es hier öfters noch zu Problemen mit pinken Fehlertexturen. Das ist ganz normal und lässt sich in der Zukunft mit einer Aktualisierung des Spiels oder einer neuen Mod-Version veröffentlicht durch den Creator beheben. Und habt ihr die neue Einstellung bei euch bereits getestet? Wird die Performance damit bei euch besser? Also dann, bis zum nächsten Video!